Hallo, schön, dass du wieder zuschaust. In diesem Video geht es darum, wie du deine Hochsensibilität zu deinen Gunsten nutzt. Wenn du zu den Menschen gehörst, die mit feinem Gefühl durchs Leben gehen, die mit sich und ihren Sinnesorganen sehr eng in Verbindung sind, dann ist das Video genau für dich. Wenn du so eine Art von Videos magst und dir meine Beiträge gefallen, dann abonniere gerne meinen Kanal, setz ein Like unter dem Video, Daumen hoch, Daumen runter, egal was. Hauptsache ich weiß, ob dir es gefällt oder nicht. Was ich ändern kann, schreib es auch gerne in die Kommentare und wenn dir meine Art von Videos gefallen, dann drück auch gerne auf die Glocke, um mich in Zukunft weiterhin zu sehen und auf dem Laufenden zu bleiben. So, was sind die Punkte, um dich als feinfühligen Menschen wirklich in deine Stärke zu bringen und diese Stärke, diese Gabe, dieses Talent, das dir vielleicht von Gott gegeben ist und das dir auch von deinen Eltern, von deinen Mitmenschen weitergegeben wurde, diese Erkenntnisse, die du gewonnen hast in deinem Leben, dich auf deine Sinnesorgane, auf dein Bauchgefühl auch vielleicht auf das zu vertrauen, wie du es nutzen kannst, deinen Weg zu gehen, erfolgreich zu sein und noch besser und noch zügiger in deinen Zielen entgegen gehst. Wenn du es bisher nicht geschafft hast, weil es auch immer wieder dazu kommt, dass du dich davon abhalten lässt, dass du irgendwas hörst draußen, dass du ein Geräusch mitbekommst, dass du Lärm von außen erfährst, der dich aus deiner Bahn wirft, der dich auch von deinem Weg wegbringt, weil du dir irgendwas vorgenommen hast. Heute mache ich zum Beispiel, heute begebe ich mich nach draußen. Heute lasse ich mir gut gehen und dann heißt es wieder, hey, aber wenn du heute nichts machst, dann wirst du wieder einen Schritt zurückgeworfen werden in deinen Vorhaben, dann wirst du nicht mehr so gut nach vorne kommen, dann wirst du vielleicht Dinge nicht umsetzen können und die Leute nicht anziehen, wenn du jetzt unter, wenn du schon selbstständig bist, wenn du unternehmerisch tätig bist, dann heißt du wieder einen Tag Pause, ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll, weil die Leute dann nicht dich sehen, wenn du draußen bist, in den Netzwerken oder jetzt oder auch physisch wieder unterwegs bist, dann hast du ein schlechtes Gewissen, dann werden deine Emotionen dir einen Strich durch die Rechnung machen. Allein deshalb, weil von außen irgendjemand dir gesagt hat, wenn du unternehmerisch tätig bist, wenn du alleine irgendwas aufziehen musst, dann musst du jeden Tag das und das machen, dann musst du jeden Tag Kunden suchen, dann musst du jeden Tag Beiträge schreiben und so weiter und so fort. Das Ganze kenne ich auch und ist ganz normal und ich habe mich auch immer wieder damit beschäftigt, was es dann ausmacht mit mir, wenn ich meine, wenn ich das Wetter wahrnehme, wenn ich die Temperatur wahrnehme, wenn ich die Energie wahrnehme, die ich empfinde, wenn ich unter den Leuten bin, wenn ich die Unterschiede zwischen Sonnenschein und Nebel oder Wolken, was auch immer es sein kann oder äußeren Umständen, Einladungen, die teilweise natürlich sinnvoll sind, um dich auch in die Ruhe zu bringen, in deine eigene Energie, aber vieles davon auch Abwenkungsmanöver sind und dabei gilt es halt festzustellen und zu lernen, was sind diese Gefühle, die ich wahrnehme, die uns bisher keiner gezeigt hat, wie zu erkennen und die aber wichtig sind, um deine Träume zu verwirklichen und wirklich dein Leben zu leben, weil wenn du dich nicht damit befasst und du dich damit beschäftigst, dann wird es keiner für dich tun und dann wirst du einfach da stecken bleiben und da stehen bleiben, wo du gerade bist. Und daher ist es ganz wichtig, dass du dich nicht von deinen Sinnesorganen, von dieser Sensibilität, in Sensibilität steckt ja auch Sinn, Sens drin, dass du dich davon dominieren lässt, sondern dass du es schaffst, dir davon Nutzen zu machen. Und darum erstens geht es erstmal darum, zu lernen, wie kann ich achtsam mit mir gehen, wie kann ich achtsam auch mit den Umständen umgehen, die mich betreffen und was sind die, die mich weiterbringen und welche nicht. Und zu verstehen, mit wem, wo, was und wie ich mich am besten fühle, wie kann ich diese Ziele, diese Energien von außen, diese, ja, diese, diese Umstände, diese äußeren Gegebenheiten für mich so nutzen, dass ich maximal weit komme und dass ich maximal mich mit mir im Reinen bin und in diesem Fluss bin der Energien und mich nicht von denen durchrütteln lasse, sondern mir immer wieder Fragen stelle, wie kann ich es besser machen, wie kann ich weiterkommen, wie kann ich diese Energien für mich nutzen, gehören sie überhaupt zu mir, ist es meins und wenn nicht, dann darf ich es weggeben. Und als dritten Punkt finde ich ganz enorm entscheidend ist es, dich zu fragen, wer bin ich eigentlich, was zeichne ich mich aus, was sind meine Gefühle und was sind meine Sinneswahrnehmungen, welche gehören wirklich zu mir und welche sind wieder nur ein Mindfuck, wie man es auf Neudeutsch sagt, ob ich derjenige bin, der auf Dinge reagiert oder antworte ich auf Umstände. Und Antworten auf Umstände heißt, ich komme in die Verantwortung und stelle mir eben diese Fragen, wie ich schon im Punkt vorher gesagt habe, um zu schauen, was sind die Emotionen, die mich ausmachen, was sind die Gefühle, die in mir stecken, was sind meine Stärken, welche Sinnesorgane will ich wirklich und welche Sinneswahrnehmungen will ich wirklich für mich nutzen, welche bringen mich weiter, die mich in meiner Person, in meiner Persönlichkeit, in meiner Entwicklung auch stärken und mich maximal auch empathisch machen für andere Personen, weil ich weiß, dass vielleicht Dinge, die Personen aussprechen, die Gedanken, die andere haben, gar nicht wirklich zu ihnen gehören, sondern auch wieder rum von außen irgendwie auf sie draufgeprasselt sind und sie beeinflusst haben, aber allerdings nicht wirklich zu ihrem Kern, zu ihrem wahren Ich, zu ihrem Herzen gehören. Und wenn du dich da mal mit dir beschäftigt hast, dann ist es der nächste Schritt zu sagen, über welche Gefühle, wie kann ich die auch weitergeben, wie kann ich mich heilen, wie kann ich andere heilen, indem ich über meine Gefühle spreche. Weil für mich ist immer ganz wichtig, zu sagen, dass Gefühle, die wahren Gefühle, die ich in mir trage und wenn ich über die spreche, dann sind die nicht angreifbar, die sind unantastbar. Und so gehe ich auch mit anderen Menschen um. Wenn sie traurig sind, wenn sie fröhlich sind, dann sind das ihre Gefühle, dann lasse ich sie auch in ihren Gefühlen sein und sage mich, hey, eigentlich in dieser aktuellen Zeit, in deinem aktuellen Zustand darfst du nicht so sein oder ich bewerte es oder verurteile es, den Menschen so sein zu lassen, in seiner Gefühlswelt, wie er wirklich ist und wie er sich wohlfühlt und was er auch zum Ausdruck bringen will. Wenn du diese Gefühle nicht zum Ausdruck bringst und dich nicht mit deinen Emotionen beschäftigt, dann bleibst du einfach immer wieder in dieser, in diesem Endlussschleife stecken, in diesem Teufelskreis der, der, der Gefühllosigkeit und dieser Ausdruck, wenn du den nicht schaffst herzustellen, dann wirst du letztlich depressiv. Weil für mich ist depressiv eine Art von Unterdruck, ein Unterdruck insofern, dass du den Druck, der in dir ist, dieser emotionale Druck, dass du ihn nicht zum Ausdruck bringen kannst, dass du ihn nicht aus dir rausbringen kannst und wenn das eben so passiert, dass du, dass er in dir gespeichert bleibt, dann wird es langfristig gesehen zu Depressionen, zu Burnout und so weiter führen, was ja keiner will. Daher, nutze nochmal deine Hochsensibilität, nutze diese erhöhte, feine Sinneswahrnehmung, die du hast, um auch entsprechend deine Ziele zu verfolgen, nämlich wenn du weißt, wo du hin willst, wenn du weißt, wer du bist, dann wirst du noch viel sensibler dem gegenüber, was dich weiterbringt und dann kannst du auch mehr diese Wahrnehmungen, diese Intuitionen, nicht nur diese fünf Sinne, die man hat, sondern den sechsten Sinn, auch dein Gefühl, deine innere Stimme, die noch viel mehr benutzen, um weiterzukommen, um deine Ziele zu erreichen, um zielstrebiger zu sein, effektiver vorzugehen und besonders energiesparender, denn alles, was ist, ist Energie und wenn wir die richtig nutzen und wenn wir in unserer Energie sind, dann können wir super Dinge vollbringen. In dem Sinn, danke fürs Zuschauen, lass mir gerne nochmal einen Daumen hoch, wenn du hochsensibel bist und dir dieses Video was gebracht hat, abonniere meinen Kanal, bitteschön, wenn dir weiter was an Themen zur Persönlichkeitsentwicklung, Marketing und Selbstvermachtung liegt und drück auf die Glocke gerne und dann lass hinter dem in dem Kommentar auch mein ein Thema, was dich beschäftigt, auch zum Thema Sensibilität, wie du damit umgehst. Das würde mich sehr freuen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao!